Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. Ja, ich hab's gefunden und das Problem ist, also sorry, das musst ihr halt auch erstmal wissen. Man muss diesen Stein hier drücken. Ich mach's glaube ich nochmal zu, damit ihr mal wisst. Hier standen wir nämlich schon mal. Wir sind jetzt wirklich hier ganz oben. Das letzte Mal hab ich ja nicht gefunden, wo wir jetzt hier leveln können. Also wie gesagt, hier ganz oben muss man jetzt hin. Und dann gehst du da so hin und siehst halt Versteck. Und dann denkst du so, hä? Kann ich ja irgendwie anders hin. So, ja, aber wenn du dann hier das hier machst, dann siehst du plötzlich, aha, ein Button. Und dann musst du ja da drauf drücken. Das ist etwas, wo man den Spieler vielleicht mal drauf hinweisen könnte. Äh, leider ist es nicht passiert. Aber egal, wir nehmen jetzt hier die Sachen. Äh, nehmen auch noch ein Messerchen mit. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt mal die, äh, die Fähigkeiten an. Äh, wo haben wir denn schon was reingesteckt? Genau, hier bei Attentäter möchte ich mal gucken. Was wäre denn das nächste? Töten, springen. Du kannst einen Gegner, der sich unterhalb von dir befindet, von oben töten. Kostet 60. 180 haben wir. Töten hängend. Und was ist das letzte? Der mörderische Impuls. Und etwas weiter von deinem Ziel entfernt als bisher ausführen. Ist, äh, durchaus sinnvoll. Aber ich möchte das momentan noch nicht. Gucken wir mal bei Ausrüstung. Mehr Lebenstränke mitnehmen wäre cool. Mehr Säuretrank. Mehr Messer. Das würde insgesamt uns jetzt 120 Punkte kosten. Mehr Goldharz ist jetzt nicht unbedingt etwas, was wir brauchen. Aber ich bin ein Fan von dem Gedanken, mehr Messer mit mir rumzutragen. Denn ich bin dann doch irgendwie der Fan von Messern. Ich glaube, wir machen das. Ich möchte das so machen. So, dann haben wir jetzt hier gleich die Möglichkeit, nochmal Messer mitzunehmen und nochmal einen Heiltrank. Das ist ganz anders. Das mit dem Goldharz. Nochmal einen Goldharz brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht. Das bezweifle ich, dass wir das brauchen. Goldharz-Vision. Moment. Wenn du eine Goldharz-Vision einsetzt, kannst du dir in Umgebungen leichter Gegenstände identifizieren, die du aufsammeln kannst. Aha. Das haben wir bis jetzt noch nicht so wirklich. Doppelt so lange wäre natürlich auch eine Idee. Okay, das wären genau 60 Punkte. Ich glaube, das will ich machen. Genau. So, dann haben wir unsere Punkte ausgegeben. Dieses Mal sogar richtig, richtig ordentlich. Oh, und wir können jetzt hier zack, zack, zack. Wow. Wir haben uns diesmal richtig eindecken können. Und noch das dritte Messer. Perfekt. So, jetzt schaue ich mal, wie lange die Goldharz-Vision jetzt dauert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Oh, also schon, ich glaube, elf oder zwölf Sekunden. Und habt ihr gesehen, hier mit dem Sand, der leuchtet jetzt richtig aggressiv. Also der ist jetzt nicht mehr zu übersehen. Das finde ich sehr gut. Bisher mussten wir immer sehr viel näher dran sein. So, und dann würde ich mal sagen, wir gehen in die Mission. Wo wir diese Leiche dann mitnehmen müssen. Das wird eine Nummer für sich. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Vor allem, wir können die Leiche wahrscheinlich auch nicht einfach so irgendwo verstecken. Also wenn wir sie in eine Kiste tun, ist sie weg. Davon gehe ich ganz schwer aus. Sesam. Ja, genau. Jetzt gehen wir in das Quartier dieses Kurschen, dieses Gouverneurs. Der sehr, sehr schlau zu sein scheint. Ich habe mich das letzte Mal schon darüber ausgelassen. Und auch darüber hinaus ein Herzchen. Gleich schon mal zwei Typen. Er ist schon ziemlich gut getan. Ja, zu den Docks gehen. Erstmal schleichen. Und uns mal hier umschauen. Ah, das ist doof jetzt an der Stelle mit diesem Quatsch hier. Wegen dieses Gemüses sehe ich jetzt erstmal nicht so richtig was. Äh, dieses Gemüse ist echt voll im Weg. Schalala. Oh oh. Wir haben jetzt gleich schon mal Spaß. Ah. Das fängt ja schon mal fantastisch an. Gleich mal mit ein bisschen Nahkampf. Ja, du wirst jetzt auch getötet, mein Freund. Das fand ich jetzt... Ich hätte wahrscheinlich da drauf springen müssen, damit ich nicht entdeckt werde. Aber ganz im Ernst, also das war jetzt für mich gerade eben ein bisschen überraschend. So, ich glaube nicht, dass das jetzt einer von denen ist, die wir mitnehmen müssen. Aber ich trappiere die jetzt erstmal hier auf. Ich hoffe, dass wir die Leiche von dem Typen auch erkennen. Das hoffe ich echt, weil, äh... Also, dass die dann irgendwie besonders hervorgehoben ist. Denn ich persönlich... Hab jetzt... Bin jetzt so ein bisschen gesichtsblind, was diese drei Typen da angeht. Also, ich weiß jetzt nicht, wer du bist und wie du heißt. Ach, Herr Jemine. Wir machen jetzt erstmal hier die Lichter aus. Ich bin ein großer Fan von Dunkelheit in diesem Spiel. Ein sehr großer Fan. Und ich würde mir wünschen, ich könnte noch mehr Fackeln ausmachen. So, was ist jetzt da oben? Mechanismus. Gut, dann... Gehen... Was ist das? Ein Abflussrohr. Ein ähnliches, wie aus dem wir gerade eben rausgekommen sind. Alles klar. Dass die Goldharz-Vision jetzt sehr, sehr... Längert ausfindig sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mach die auch sehr, sehr gerne an. Weil dann sehe ich sehr viel. Die Gegner sehen wenig. Das ist eine sehr schöne Kombination, wenn ich das mal so sagen darf. So, der steht da so rum. Und wirkt aber jetzt ziemlich dumm. So. Ja. Knieg mal so hier vor sich hin. Oh oh. Ich bin da hinten. Ha 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 ha. Ja, okay, die Leiche wurde gefunden, aber... Das bringt ihnen nicht wirklich was. Wups. Einen nach dem anderen, stellen sie sich an. Ziehen eine Nummer, sie sind bald dran. He 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 he. Das kam übrigens gerade spontan. Okay, äh, ja, wir lassen den Typen da liegen. Ich meine, was wollen wir denn mit ihm? Ich werde auf jeden Fall mich jetzt als allererstes Mal jetzt hier auf dieser Ebene umschauen. Oh, da hinten. Und da hinten... Ah, okay, jetzt leuchtet der Typ. Ich habe mich gerade eben schon gefragt, weil ich glaube, da entsteht einer. Warum leuchtet der nicht? Aber dann hat er sich doch dazu entschlossen, eine Leuchte zu sein. Vielleicht ist er auch ein Armleuchter. Kann auch sein. Schon auf jeden Fall eine Art Bogenschütze zu sein. Armbrustschütze, Entschuldigung. So, und knack. Haut zieht durch den Schädel und fliegt dadurch hinten weg. Erst dann blutet er. Also das Erwürgen hat ihm nicht irgendwie Blut aus dem Körper geprügelt, sondern er hat sich selber am Ende noch den Schädel eingeschlagen. Das Boink war wahrscheinlich die Todesursache, nicht unser Wirgen. Das möchte ich an der Stelle gleich mal festgelegt haben. So, wir werden die Leichen jetzt hier nicht verstecken, weil ich nicht möchte, dass wir versehentlich den Falschen irgendwie verstecken. Das könnte dann sozusagen zur Gewohnheit werden. Oh. So. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ich dachte schon, der geht jetzt sofort in den Kampfmodus, aber das konnten wir gerade noch so abwehren. So, dich werde ich auf jeden Fall erst nicht wirklich verstecken, aber einfach mal hier so in die Ecke packen, bis die Wahrscheinlichkeit, dass du gefunden wirst, eher gering ist. Ich glaube, hier waren wir schon. Genau, das war die andere Ebene. Gehen wir mal weiter nach oben. Hier ist jetzt eine Tür, die werden wir wahrscheinlich knacken müssen. Aber erstmal gucken, wie tue ich. Auch interessant, ne? Wie war das nochmal so, hier wird nicht mit Goldharz geschmuggelt und gerade eben hören wir ein Gespräch zwischen zwei Wachen von diesem Gouverneur, ne? Ich sag doch, der Typ ist einfach nur, äh, 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 der ist einfach nur dämlich. Anders kann man es nicht sagen. Der ist ur-dämlich, der Typ. Ups, das, äh... Ach, verzickt der das etwa hier? Ups. Was bist denn du für einer? Hm, auf jeden Fall würde da unser kleiner Freund durchpassen. Also ich meine, äh, unser Klon, nicht was ihr jetzt vielleicht denkt. Hier ist der Mechanismus. So, das haben wir mal hier ausgemacht. Das interessiert aber niemanden so wirklich. Kommt der zurück oder was tut der Typ? Ne, der geht weg. Das finde ich sehr gut. Oh, das war knapp. Möchte ich mal behaupten. Okay, du bleibst mal hier. Und das nicht hier ausmache. Oh, kacke. Dann ziehen wir uns mal schnell hier zurück. Ja, er wurde getötet. Das kann man so festhalten. Zwei Stück sind jetzt natürlich nicht so super. Wenn du kommst, dann erwische ich dich, mein Freund. Die suchen mich jetzt, aber mit wenig Erfolg. Boah, guck mal, wie geil. Der guckt da rein. Das sind Dinge, die finde ich echt geil. Dass der dann nicht einfach nur so rumsucht. Also es ist das erste Mal, dass ich sehe, dass die tatsächlich wirklich da reingucken. Also so richtig aktiv da reingucken. Boah, der sucht immer noch. Okay, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Aber scheinbar nicht besonders viel. Na? Wo sind denn die beiden jetzt? Haben die sich wieder getrennt? Der eine steht da immer noch rum. Das scheint ihn jetzt gar nicht zu interessieren, dass ich das getan habe. Und jetzt muss ihn gar nichts mehr interessieren. Und knack. Knack und back. Können wir vielleicht noch einen Wachenauflauf, also keinen Waffelauflauf, sondern einen Wachenauflauf machen. Können wir ihn dadurch ablenken? Ne, können wir nicht. Interessiert die Sau gar nicht. Ja, er kann überall sein oder auch direkt hinter dir. Also, ja, man merkt schon, man kann die Wachen ablenken, aber du brauchst halt immer so eine Fackel daneben. Dann kannst du sie ablenken. Mit Sand und so weiter und so fort. Man muss halt die gesamte Spielmechanik, die einem zur Verfügung steht, versuchen, irgendwie zu benutzen. Wups. Was ist denn diese Zeit? Und. Wups. Komm schon, komm zu Daddy. Das ist ein Wachstum, time. Er ist weggekehrt. Na? Na komm schon, Schatzi Putzi. Komm, Schatzi Putzi, ich hab doch was für dich. Hallo, hinter dir. So, haben wir ihn auch. Alles klar. So, jetzt schauen wir mal, der hat hier über irgendwas gebrütet. Äh, okay, scheint für uns nicht von Interesse zu sein. Machen wir das hier noch schnell aus. Könnte ja theoretisch sein, dass da noch einer kommt. Ich möchte noch ein bisschen Sand mitgenommen haben. Oh, da liegt auch noch eine Münze. Oder ein Medaillon. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Mechanismus. Haben wir das hier aufgemacht. Und jetzt möchte ich trotzdem mal gucken, bei diesem komischen Dealer. Ob wir da nicht irgendwas noch machen können. Mal ganz im Ernst. Unser kleines Vieh passt da durch. Das möchte ich jetzt mal getestet haben. Vielleicht können wir da was machen. Ach, Shit, ich hab ihn versehentlich getötet. Das wollte ich nicht. Ich hab ihn versehentlich getötet. Das war blöd. Sind wir mal ehrlich. Äh, eine Münze gibt's hier. Aber nur der Schöpfer kann die Münze mitnehmen. Aha. Aber ich kann aufmachen. So, ja dann. Ist er des Todes. Ich hab gerade eben echt dieses Ding gesucht. Das Gemeine ist, ähm, man sollte sich nicht zu sehr, äh, dran gewöhnen, die, äh, also genau diesen Modus hier, diesen Goldharz-Modus zu verwenden. Denn, äh, wenn man dann seinen kleinen Helferli verwendet, der hat diesen Modus halt nicht, ne. Äh, Goldharz-Vorrat ist voll. Das können wir ändern. So. Dann haben wir dat. Das war ja irgendwie so eine, so eine Lagerhaltung oder sowas. Schauen wir mal ganz kurz. Aha. Da, was sind wir jetzt also? Ja, der hat ja so einen lustigen Balkon, Schrägstrich, gehabt. Denn er ist ja nicht mehr so wirklich unter den lebenden Weiland. Oh, da könnte man theoretisch auch runterfallen. So, okay. Dann gehen wir mal da durch, da wo wir den Mechanismus geöffnet haben. Und schauen uns mal vorsichtig um. So, umgeschaut ist passiert. Oh, da unten laufen einige rum. Und auch hier oben lauften so ein paar rum. Gehen wir hier so durch in die Richtung. Hier gibt's Kisten. Und wachen. Oh je. Na super, jetzt muss der andere auch noch mitkommen. Das find ich ja nicht gut. Na, das find ich cool, dass der jetzt gerade eben gar nicht geschrien hat. Zumindest nicht so laut, dass es der andere hätte bemerken können. Ich hoffe immer noch, dass wir... ...intuitiv rauskriegen, wer unser prominentes Mordopfer sein soll. Denn das weiß ich bis jetzt ja immer noch nicht so hundertprozentig. Nein, er ist noch nicht getötet. Jetzt ist er getötet. Aua. Aua. Ah, jetzt haben wir dich. Oh oh. Ah, Mann ey. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich das tun muss. Äh, wir trinken mal ganz, ganz schnell einen Lebensdrank. Nein. Nein, 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 nein. Das ist ja gar nicht gut. Nein. Oh, zu viele, zu viele. Boah, warum tauchen die denn plötzlich auf? Okay, liebe Leute. Äh, das war's dann für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und das fand ich gerade eben hardcore verwirrend. Äh, keine Ahnung, warum auf einmal auch noch diese Käfer aufgetaucht sind. Wie aus dem Nichts. Und dann auch noch zielgerichtet auf mich los sind, obwohl ich mich gar nicht bewegt habe. Ich hätte da ehrlich gesagt eher damit gerechnet, dass die dann auf die Menschen losgehen müssen. Keine Ahnung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade. 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 Vielen Dank.